Du warst der letzte Bubbel hier. Wie auch immer man dich bekommt, ich weiß es nämlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier ein passendes Angriff für dich haben. Blitz haut da ab. Wir können Eis mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ne. Der ist so schnell weg. Hm, okay. Falls ihr davon eine Idee habt, wie wir den am besten besiegen können, oder was wir da am besten machen können, schreibt es mir gerne mal, weil das würde mich jetzt echt interessieren. Und wie wir da weiter hochkommen. Jawohl, komm, wenn wir da überhaupt weiter hochkommen, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Oh, Gottes Willen. Und jetzt sind wir nämlich ganz links. Genau. Jetzt sind wir hier. Und hier gibt es irgendwo noch einen blauen Bubbel. Oh. Könnte aber richtig sein. Nee? Hm. Okay. Jetzt ist er gehofft, dass wir da noch weiter hoch können. Dann nicht. Oh, du warst der blaue Bubbel. Wie kommen wir denn zu dir? Oh, das war falsch. Oh. Oh. Oh, ich wollte die Graue. Y, Y, P, E, B ist es nicht. Oh, ich habe keinen. Aber es ist wieder ein Orangener, ich brauche einen blauen Bubbel für mein Vorhaben. Wir bekommen hier nur, nee, bekommen wir nicht nur. Weil ich würde nämlich gerne hierhin weiter. Aber dafür brauche ich erst mal den blauen Bubbel. So, ich würde aber trotzdem noch mal gerne versuchen. Hoppala. Sollen wir da hochkommen? Aber wie sollen wir denn da hochkommen können? Hoppala. Oh ja, ganz vergessen. Hier haben wir ja die Schwungdinger. Oh. 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 Eine Sekunde. Oh. So geht das. Nice. Wieder so einer. Wir müssen außerhalb des Kreises bleiben, um den einzusammeln. Das ging ja bei meinem letzten schon nicht. Oh, nicht runterfallen, bitte. Das verstehe ich auch nicht. Ich muss außerhalb dieses Funke-Kreises bleiben. Ich kann aber auch nicht schnell genug reinsippen, um mir den abzuholen. Sehr merkwürdig. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal das blaue Bubbel. So, wir machen jetzt nämlich Durchbruch-Bonus. Oh, ich sollte auch den richtigen Knopf drücken. Und jetzt können wir nämlich Technik-Assschnitt erfüllen nach dem Jahr der Schwertaktion... ...das Schwert glüht. Y? Was mache ich denn mit Y normalerweise? Kontern. Uh-huh. 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 Aus-schnitt. Nach mehreren Schwertschnitten. Gut. Ah, ich hab mir wieder das Falsche gedrückt. Oh-huh. 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 Technik trennen. In der Luft. Oha. Was ist das denn? Okay. Okay. Das ist jetzt viel zu cool, um es nicht mitzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass mein Blatt ein bisschen voll wird. Und trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich dich einsammeln soll. Oh. 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 Fall weiter. Ha! Aber es ist überall auf jeden Fall Wasser in den ganzen... Oh, okay. Oh Oh Wäre ich nicht zur Seite gesprungen Oh Oh Aber das sah cool aus Muss ich ja dazusagen Oh no Sind schon wieder zum neuen Mikrofon drin Ey Ne Wie bin ich da gerade nochmal hochgekommen Ich bin da noch gerade irgendwie hochgekommen Wie auch immer Aber ich bin irgendwie hochgekommen Ich bin da noch einmal hochgekommen Ich bin da noch einmal hochgekommen